Und damit herzlich willkommen zu Links Crossbow Training, einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Es geht wieder weiter. Ich bin euer Zelterjunge und ich begrüße euch herzlich. Wie der Name schon sagt, werden wir heute mal mit Link ein Armbrusttraining vollführen. Dabei benutze ich eine wie Fernbedienung mit diesem Zepper hier, der hier abgebildet ist. Und ja, wie ist das Spiel aufgebaut? Wir werden mit der Armbrust in verschiedenen kleinen Kapiteln Zielscheiben abschießen. Dafür erstellen wir uns jetzt hier erstmal ein Profil. Das wird hier einfach Link A werden. Zack, registrieren. Und dann haben wir unser Profil schon erstellt. So, jetzt haben wir hier die Levelübersicht. Level 1, 2, 3 sind aktuell verfügbar. Wir nehmen mal das erste Level. Ein Level besteht aus drei Runden. Unser Ziel ist es, eigentlich 80.000 Punkte zu erzielen. Wir haben hier eine Mindestvorgabe von 20.000. Dann würden wir eine Bronze-Medaille erhalten. Und das maximal mögliche sind eben 80.000. Das ist auch mein Ziel, was ich machen möchte in jedem quasi großen Teilprojekt. In jedem Level, sag ich mal, müssen insgesamt 80.000 Punkte erreicht werden. Die Punkte werden in jeder Runde addiert und im Level dann hinzugefügt. Genau, und 80.000 Punkte müssen in einem Level dann erreicht werden. Soviel erstmal dazu. Und ich werde mit euch jetzt erstmal ein kleines Tutorial machen, wie das Spiel so funktioniert. Alle, die das kennen, da wird unten ein Zeitpunkt festgelegt sein. Da könnt ihr skippen. Dann geht es richtig los. Aber ansonsten schaut euch das gerne mal an, wenn ihr da noch nicht so drin seid, damit ich euch das ein bisschen erklären kann. Wir legen los in der Zielübung in Ordon. Das Spiel ist übrigens an Twilight Princess angelehnt. Denn wir sind hier komplett in der Welt von Twilight Princess. So, wir können jetzt hier erstmal so ein bisschen rumballern. Können auch mit verschiedenen Dingen interagieren. Da kommen hier zum Beispiel so Luftballons raus. Und dann haben wir hier eine Zielscheibe. Wenn ich jetzt hier oben hinschieße, kriege ich 10 Punkte. Wenn ich aber in die Mitte treffe, kriege ich 30 Punkte. Na, 30 Punkte. 10 Punkte. So, dann merkt ihr gleichzeitig, da kommt noch so ein Multiplikator. Mal 6. Mal 7. Mal 8. Mal 9. Mal 10. Und jetzt habe ich es verkackt. So. Wenn ich daneben schieße, hört dieser Multiplikator auf. Das heißt, wir sollten möglichst nicht daneben schießen. Denn sonst kriegen wir keinen Punktezähler. Und der ist sehr wichtig. Denn mal 6 klingt jetzt noch wenig, sag ich mal. Aber wenn da mal eine mal 80 steht, dann geht es halt richtig los. So. Gleichzeitig können wir hier halt auf der ZR-Taste, oder nee, Z-Taste, noch ein bisschen zoomen. Und, ähm, ja, können damit halt ein bisschen genauer zielen. Ähm. Das ist jetzt quasi nur die Tutorial-Runde. Danach zeige ich euch, wie es richtig funktioniert. Hoffe ich zumindest. So. Ne, aber so in etwa ist das Spiel quasi aufgebaut. Ähm. Es wird dann verschiedene Level geben, dass wir auch gegen Monster kämpfen. Und, äh, es gibt auch diese goldenen Zielscheiben, sag ich mal. Die, äh, die, äh, sind mehr Punkte wert. Also sollte man die möglichst nach einem hohen Multiplikator in der Mitte treffen. So. Das ist mal dazu. Aber jetzt, äh, hätte ich gesagt, machen wir mal ernst. Ich würde hier nochmal kurz abbrechen. Zurück zur Level-Auswahl. Und jetzt starten wir nochmal richtig. Jetzt habe ich euch erstmal die grundlegenden Dinge erklärt, worauf es ankommt. Und jetzt starten wir mit der Zielübung in Ordone. Mal so, wie ich das gerne machen würde. So, let's go und start. Die Ballons mitnehmen finde ich immer ganz gut. Gibt es ein paar extra Punkte. Zack. So, dann hat man hier diese Vogelscheuche. Die sollte man erst achtmal in den Bauch schießen, bis der Kopf ganz groß ist. Und dann, äh, den Kopf wegschießen. Denn dann passieren schöne Dinge. Zeige ich euch gleich. So, hier ist der Goldene. In der Mitte getroffen. Wir haben einen schönen Multiplikator. Haben jetzt schon 5000 Punkte. Und die Vogelscheuche wandert jetzt mit uns. Die ist nämlich jetzt hier oben auf einmal. Zack. Haben wir wieder schöne Punkte erhalten. Und, äh, wenn man die Vogelscheuche in einem Level zweimal abschießt, dann, äh, oh Gott, das habe ich jetzt verkackt. Erhält man ein neues Level. So, jetzt haben wir schon 14.000 Punkte. Richtig gut. Jetzt kommt man quasi in einen neuen Levelabschnitt, der auch teils ein bisschen leichter ist. So, zack. 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 Richtig gut. So, ihr merkt, wir haben 57.000 Punkte erzielt. Ähm. Ich werde manchmal nicht reden, weil ich mich einfach konzentrieren muss. Aber ihr seht, jetzt gehen hier unsere Medaillen schon richtig hoch. Wir sind jetzt quasi schon bei der Goldmedaille. Also, uns fehlen ja nur noch 2.100 Punkte. Dann wären wir jetzt schon bei Gold. Das ist super. Und wir wollen ja nur die 80.000 Punkte erreichen. Dann haben wir quasi ja schon unseren Soll für dieses Level erfüllt. So, jetzt kommt die nächste Runde. Das ist der Überfall der Gerudo-Stalfors. Das ist jetzt ein bisschen anders. Genau, wir haben jetzt nämlich Gegner. So. Ist ein bisschen komplizierter jetzt hier einen Multiplikator aufzubauen. Aber auch das werden wir hinkriegen. So. Der ist immer sehr gut. Denn du kannst dir schön aufs Schild schießen, bis der kaputt geht. Dann schießt du nochmal ein bisschen auf die Brust und dann schön den Kopf rein. Gibt es nämlich tolle Punkte. So. So, das habe ich jetzt verkackt. Shit. Jetzt haben wir nämlich hier Automatik. Automatik ist aber eher semi-geil. Weil das ein bisschen... Ja, jetzt musst du Automatik machen. So. Haben wir quasi ein Maschinengewehr. Gut. Wir haben unsere 80.000 Punkte. Ne? Wir haben quasi Platin schon erreicht. Wir könnten jetzt abschließen. Aber es gibt auch noch eine dritte Runde. Und die ist sogar eine meiner Lieblingsrunden. Denn jetzt bewege dich mit dem Controller-Stick und besiege 25 Bullplins. Ja, jetzt dürfen wir uns sogar selber mal bewegen. Und zwar sind wir jetzt im Wustenlager. Oh Gott, nein. Ich habe daneben geschossen. Oh Gott. Und irgendeiner hat mich gerade angegriffen. Geh weg. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich wollte. Normalerweise bin ich da ein bisschen smarter unterwegs. Aber heute scheinbar nicht. So. Dann ballern wir die da oben erstmal weg. Äh. Oh oh. So. Step für Step. Wir haben Zeit. Also hier in dem Level hast du wirklich Zeit. Wenn du da gut loslegst, hast du sehr viel Zeit und kannst dich einfach nur konzentrieren. Die, die dir auf dich schießen, die solltest du relativ schnell loswerden. Sonst machen die Ärger. Weil, wenn die dich treffen, geht halt dein Multiplikator auflöten. Dann ist auch egal, ob du daneben schießt. Dementsprechend sollte sowas immer sehr schnell ausgeschaltet werden. Aber wie ihr seht, wir haben jetzt schon wieder 30.000 Punkte. Man bekommt übrigens, ähm, wenn man alle Gegner getötet hat, einen Zeitbonus von der aktuellen Anzahl der Punkte. Äh, von der aktuellen Anzahl der Zeit mal 500 oder 5000. So, und jetzt können wir hier noch ein bisschen kaputtschießen. Und ihr seht, wir haben nochmal 47.000 Punkte. Haben jetzt hier im ersten Level einen Punktestand von 128.000 Punkten erzielt. Viel mehr, als wir brauchen. Und, äh, so ist auf jeden Fall mein Ziel, dass wir überall diese Platin-Medaille erhalten. Und dann bin ich auch zufrieden. Also ihr seht, das geht auch relativ schnell. Wir haben jetzt 10 Minuten von einer Folge rum. Ähm, ich denke mal, Level 2 werden wir auf jeden Fall auch noch schaffen. Und, äh, ja, ich denke mal 4, 4 Parts, 5 Parts vielleicht. Dann sind wir hier auch durch schon. Also es geht relativ schnell, dieses Projekt, aber ist auch nicht schlimm. So, wir gehen, äh, Guronen-Herausforderung. Vielleicht werde ich auch ein bisschen länger brauchen, weil, vielleicht werden wir mal ein Level öfter spielen müssen, weil ich zu schlecht bin. Wie gesagt, ich weiß das halt alles schon nicht mehr so richtig. Das war jetzt das Anfänger-Level, sage ich mal. Das geht noch. So, so, ja, ich, äh, schieße den in den Schabenbereich. Ihr habt das richtig erkannt. Ba, 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 ba. Dü, 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 dü. Sehr gut. Und, kriegen wir noch was? Sehr schön. Das war eine gute erste Runde. Gefällt mir. 5000 Punkte. Man darf halt nur den Multiplikator nicht verkacken. Das ist eigentlich das, äh, schwierigste bei der Sache, sage ich mal. Und bei den Guruen muss man halt auch echt aufpassen, weil, die fangen nach 5 Sekunden einfach an, sich zu drehen. Da schießt man schnell mal daneben. Deswegen manchmal ist weniger mehr. Jetzt zum Beispiel würde ich nicht mehr schießen. Hätte ich aber geschafft. Ah, der ertritt sich in der letzten Runde nicht. Ah, das hätte ich wissen müssen. Okay, ist aber auch schon weichen her. Egal. So, da lege ich mal Fokus auf die da oben. Na, jetzt habe ich daneben geschossen. Shit, das war es mit dem Multiplikator. Ja, ihr merkt, das geht halt ganz schnell. Und da ist auch schon wieder vorbei. Vielleicht schaffen wir die 20.000 noch. 19.400, ja, hätte auf jeden Fall besser laufen können. Aber wir haben ja noch zwei Runden. Wenn wir in einer Runde richtig absahen, reicht das eigentlich. Ah, okay, wilde Fahrt am Zora-Fluss. Ah, viele schöne Level, ich erinnere mich. So, kann man die, ne, die kann man wirklich erst abschießen, wenn sie rauskommen. Und man muss halt aufpassen, weil die schießen auch auf einen. So, die kann ich jetzt schon abschießen. Ah, gut. Die treffen einen auch sehr oft, wenn man nicht schnell genug ist. Aber ihr seht, wir haben schon schöne Punkte. Das ist ganz nett. Hm. Boah, guck mal, die Punkte, ey. Richtig gut. Ah, shit, das hab ich erleben geschossen. Aber es geht halt auch ganz schnell und dann war's das auch schon wieder. So, 49.000, aber wir sind jetzt, äh, jo, 12.000 Punkte in der letzten Runde, das sollten wir hinkriegen, denke ich. Easy peasy, lemon squeezy, oder? Was ist die letzte Runde? Ah, Schädelschießen, das ist allerdings ne richtig eklige Runde. Okay, das ist, das ist glaube ich so das Schwierigste mit, was man machen kann, in diesem Game. Könnte tatsächlich sein, dass wir das noch verkacken. Finde ich persönlich sehr schwierig, diese Runde. So. Okay, den lasse ich mal. Kein Risiko, ich will lieber die 12.000 Punkte. So, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, alles gut. Kein Stress, so, guck mal. Da haben wir unsere Punkte schon. da ist es nämlich schon. Du kannst dich hier so schnell verballern, das ist leider wirklich, finde ich, eines der schwersten Spiele, oder schwersten Runden in diesem Spiel. Aber, es reicht vollkommen aus, wir haben unsere Platin-Medaille auch für dieses Level erhalten. Perfekt. Reicht mir vollkommen. Wunderbar. Ja, da seht ihr schon, da haben wir auch im zweiten Level schon unsere Platin-Medaille und wir sind gerade mal bei 14 Minuten in der ersten Folge. So, da können wir locker noch Level 3 angehen, da haben wir, das sind sehr, sehr schöne Runden. Also gerade in den ersten zwei Runden kannst du richtig gut Punkte machen. Das sollte jetzt auch eher weniger ein Problem sein. Es gibt später noch Spiele, da wird es nochmal ein bisschen problematisch werden. Bin ich mir voll sicher. Ah, scheiße, ich habe die Vogelscheuche abgeschossen. Das wollte ich nicht. Jo, jo, nein, ich habe daneben geschossen. Okay, ich fange gleich nochmal an. Weil das ist halt eins der Kernlevel, da müssen wir gute Punkte liefern. Da fange ich gleich nochmal an. Außerdem habe ich die Vogelscheuche abgeschossen, das war auch doof. Das war aber aus Versehen. Das ist halt wieder eins der Level, da sollte man die Vogelscheuche ganz lassen. Im besten Fall. Also beziehungsweise weniger machen halt, damit man in ein neues Level kommen kann. Zack. Seht ihr das? Das ist so mies. Wenn die Zeit rum ist und die verschwindet einfach, diese blöde Zielscheibe ist auch so mies. Aber gut, ich mache jetzt mal weiter und hoffe mal das Beste. Wir waren jetzt einfach zu langsam. Ist halt der Fall. Ansonsten hätten wir jetzt schon High-Dance-Multiplikator. Okay, lass ich. Man muss halt wirklich immer auf die Zeit achten. Wenn das verschwindet, mega mies. Okay. Weiter geht's. Was passiert jetzt hier? Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber ihr merkt, wir kriegen trotzdem noch sehr gute Punkte hier zusammen. Und das, obwohl ich verkackt habe. Wir hätten jetzt schon sicherlich die 80.000 Punkte haben können. Wahnsinn. Also das ist wirklich krasses Level. Kakariko, da kannst du so viel rausholen. Und ja, Ballons am Zauberschloss ist auch ein wunderschönes Level. Und da kann man auch richtig gute Punkte machen. so. Problem ist hier, die teilen sich halt immer so. Manchmal werden sie ganz klein. Wie diese Erdbeeren zum Beispiel. Und diese Meteoren sollte man auch immer abschießen. Wichtig ist hier auch wieder, man sollte nicht zu viel wollen. Weniger ist mehr. Weil diese Erdbeeren, die verschwinden halt auch. Oh, ich denke mal, dass es Erdbeeren sind. Vielleicht sind es auch Tomaten. I don't know. So. Zack. Und ihr seht auch wieder so ein gutes Level, ey. Easy. 65.000 Punkte. Ah, hammermäßig geil. Da fühlt sich die letzte Runde, glaube ich, nicht ganz so geil. Aber das kriegen wir auch noch hin. Klar. Das müssen wir auch falsch machen. Da kann man nichts mehr falsch machen. So. Das ist so ein bisschen wie morgenschießen von damals. Falls ihr euch noch erinnert. Scheiße, jetzt habe ich da weh geschossen. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Damit haben wir sogar unseren persönlichen Rekord schon überboten und haben 140.000 Punkte. Ich bin damit sehr zufrieden und Platin haben wir uns auf jeden Fall auch verdient. Und jo, damit haben wir die ersten drei Level mit Platin beendet. Haben jetzt Level 4 freigespielt. Ich würde aber sagen, das reicht für die erste Runde, für den ersten Part erstmal. Sagt mir mal, wie euch das Game gefällt. Gerne in die Kommentare schreiben. Und was denkt ihr, wie lange werde ich noch brauchen für die anderen Level? Also ich denke mal, wir werden das in den nächsten zwei, drei Parts schon beenden, dieses Spiel. Es ist ja jetzt auch nicht wirklich viel. Macht aber echt großen Spaß. Ich kann euch das sehr ans Herz legen, das Spiel auch mal selber zu spielen. Man kann es auch gegeneinander mit Freunden zocken. Macht wirklich viel Laune. Jo, das war es auf jeden Fall von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part von Links Crossbow Training. Tschüssi! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.